Nach des Grauens! Ihr Mörder tötet drei Menschen aus purer Lust. Angst! Unglaublich! Sadist sollte Priester werden! Angst! Lustmörder sagt, ich habe Angst vor mir selbst! Aus bloßer Freude allein habe ich noch nie ein Verbrechen begangen. Es war immer ein gewisses Etwas, das hinzugekommen ist. Angst! Ein Film von Gerald Kagel und Oscar-Preisträger Zbigniew Rybczynski im Kino.